Das ist ein ZEIDING-DOSADO, ZEIDING-LINSSCHUL-TRIK. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Danach geht es weiter mit der Einser. Drehen auch vier Schläge auf den Platz um die rechten Schultern und werden dann über rechts mit so einem kleinen Bogen auf den Zweierplatz gehen. Die Zweier haben vier Schläge Pause und werden dann so einen kleinen Bogen auf den Einserplatz gehen. Die Einser beschließen diese Figur mit einer Runde. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Schlussfigur besteht aus den Ängern der verbogenen acht. Das heißt, das unten steht der Parafilmung mit Kreuznern, das oben immer mit Auswenden. Insgesamt 16 Schläge Zeit, die haben verbogenen Fortschritt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Referos 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020